So, wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video hier bei JB Trading, deinem YouTube Kanal von Trader, für Trader. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum, was kann ich erwarten kurz vor dem Halving. Heute wird es sehr, sehr spannend, deswegen auch ein frühzeitiges Video. Ich will euch warnen, nicht, dass ihr in eine Falle reintappt. Also, zuerst einmal natürlich wie immer, schauen wir uns an, was machen unsere laufenden Copy Trades auf BingX. VeChain, leicht im Profit, 50%. Render, auch neu dazugekommen, 35% im Profit. Handelshistorie, unser Bitcoin-Shot wurde 17% im Profit geschlossen. Der Markt hat nach oben, korrigiert, sagen wir es mal so, aber auch hier wieder im Plus geschlossen. Nicht viel, aber, ja, Kleinviel macht auch Mist. Bei den Perpetuals, da muss ich auch noch gleich was dazu sagen, wurde auch, natürlich unser Bitcoin-Shot, auch 17% im Profit geschlossen. Aktuelle Position haben wir hier H-Bar offen, leicht im Plus 5%. Muss ich aber dazu sagen, diese Position werde ich eventuell früher schließen. Auf jeden Fall ist das nur eine Versuchsposition, um zu gucken, ob wir über Perpetuals wirklich tatsächlich Teilprofite nehmen können, ob wir die Margin verändern können. Da bin ich mit dem Stefan, also mit meinem BingX-Kontakt, sind wir jetzt da im Austausch. Ob das funktioniert, wäre natürlich mega, dann würde das zu meinem Trading-Stil besser passen, beziehungsweise, dass wir auf Swing-Trades auch Teilprofite rausnehmen können, weil wir auch schon einmal gesehen haben, vor 1-2 Wochen war das hier, waren wir mit Position teilweise 150-200% im Profit und da ist der Markt abgestürzt, ohne dass wir Teilprofite realisieren können. Das ist manchmal gar nicht schlecht, vor allem wenn man Swing-Trades offen hat. Deswegen sind wir jetzt hier am Ausprobieren, ob das funktioniert im Copy-Trading. Wenn ja, wäre es mega. Ich würde euch natürlich dann davon berichten. Und gehen wir jetzt auch gleich in die Analyse, liebe Leute. Schauen wir uns an, was macht Bitcoin, was hat Bitcoin gemacht die letzten Stunden. Wir hatten jetzt hier heute im Laufe des Tages, hatten wir einen kleinen Pump. In der Nacht haben wir hier einen kleinen Abverkauf gesehen. Der Markt hat hier ein neues Low gebildet, aber so wie der Markt halt nun mal ist, hat er uns hier wieder nicht abgeholt. Der Markt ist auf 59.550, beziehungsweise auf Bing X auf 59.600 knapp runtergegangen. Unsere Order lag bei 59.370 ungefähr. Wurden wir halt minimal wegen 0, irgendwas Prozent oder vielleicht 1 Prozent nicht abgeholt. Was war es gewesen? Ja, ihr seht es hier, 0,3 Prozent ungefähr nicht abgeholt. Unsere Long Order. Wenn der Markt jetzt nach oben schießt, ist es halt so. Gehört dazu. Aber wir haben ja andere Long Trades offen mit Altcoins, die auch sehr, sehr vielversprechend sind. Habe ich erst gestern in der kostenlosen Telegram-Gruppe noch geteilt. Sniper Entry bei VeChain und bei Render. Glückwunsch alle, die das mitgenommen haben bis jetzt in der kostenlosen Signalgruppe. Wie gesagt, kann jeder joinen. Einfach in der Videobeschreibung über meinen Link bei Bing X anmelden. Dann mir Bescheid geben auf Telegram unter JB Crypto Trading. Dann kommt ihr in die kostenlose Signalgruppe rein. Für euch entstehen keine Kosten. Ihr kriegt nur Mehrwert. Also gucken wir heute. Es hat sich am übergeordneten Szenario nicht viel verändert. Ja, auch wenn wir jetzt hier diesen kleinen schönen Pump hatten. Übergeordnet sind wir immer noch in dieser größeren bearischen Sequenz drin. Was wir hier sehen, wo Ziel-Level Richtung 55.000 bis 50.000 US-Dollar hat. Respektive 53.000 bis 50.000. Ist ja egal an sich. Was wir hier rausnehmen konnten, war diese interne gelbe Sequenz, wo wir noch gestern drin hatten. Wo ich gesagt habe, trade ich nicht. Genauso wie eine interne blaue Sequenz. In der Signalgruppe gab es heute das. Aber wir haben gesagt, trade ich nicht. Für mich sind diese Timeframes, wo wir hier traden. Das hier, respektive der Stunden-Timeframe. Das sind diese Sequenzen, was ich hier mit gutem Gewissen an meine Community weitergeben kann. Alles andere wie die internen, wo ich in der Telegram-Gruppe, in der Signalgruppe durchgegeben habe. Solche internen Sequenzen auf dem 15-Minuten-Timeframe trade ich nicht gerne. Oder so gut wie gar nicht mehr. Weil da einfach jetzt in diesen volatilen Phasen, wo der Markt so volatil ist, augenscheinlich und nachweislich. Da haut es einfach die Strukturen, die Sequenzen, haut es einfach raus. Wir sehen es heute. Bullische interne Struktur zerfetzt. Bearische interne zerfetzt. Deswegen das hier auf dem Stunden-Timeframe ist das Höchste aller Gefühle bei Krypto. Tiefer gehe ich nicht. Ja, also das sehen wir jetzt hier. Aber wie gesagt, am Szenario hat sich nichts verändert. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu einem erneuten BC-Korrektur-Level. Dieses Level liegt bei 66.200 bis ziemlich genau an die 70.000 US-Dollar. So, übergeordnet müssen wir das hier rausnehmen. Dieses High bei 66.800 ungefähr. Und danach hier die knapp 68.000 US-Dollar müssen wir nachhaltig durchbrechen. Habe ich auch in der Telegram-Gruppe geschrieben. Jetzt ist, er sieht zwar schön aus heute der Pump, aber wir müssen das mit Nachhaltigkeit machen. Die 68.000 sind ganz, ganz wichtig, damit wir sagen können, okay, wir haben einen ersten Strukturbruch, eine erste Bestätigung, dass hier der Boden schon drin ist. Auch wenn wir nicht abgeholt wurden vom Markt wegen 0,2%. Ja, schade. Aber so ist es halt nun mal, lieber so, als dass wir Stop-Loss kassieren. Ganz, ganz einfach. Also, so viel zu Bitcoin. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dieses Bearish, was wir hier haben, was wieder ein Indiz ist, dass wir übergeordnet doch sehr, sehr bullish sind bei Bitcoin. Und wir hier in einer Bodenfindungsphase sind, ist einfach, dass diese Abwärtssequenz sehr, sehr korrektiv ist. Ja, wir haben hier Überlappungen. Wir haben hier minimale Lower Lows. Ja, jetzt hier ein Lower Low, dann hier wieder ein minimales Lower Low und dann wieder heute Nacht wieder nochmal ein wirklich mini, 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 mini Lower Low. Und genauso diese Lows, was wir hier hatten, sind auch selber nur minimal tiefer als unser A-Punkt. Also, wir kommen hier sehr, sehr korrektiv runter, weil einfach die Bullen hier in unserem Trend-Wende-Bereich einfach gut dagegen halten und den Kurs immer wieder nach oben drücken. Entschuldigung. Ja, also das ist jetzt mal gut für den Markt. Müssen wir schauen. Wie gesagt, hier könnt ihr euch gerne einzeichnen, in diesem Bereich hier von 66.200 bis hoch zu 70.000 US-Dollar. Sollten wir hier hochgehen und hier wieder eine Rejection bekommen und vor allem sollten wir hier bei den 66.000 direkt eine Rejection bekommen, und dass wir dieses High rausnehmen, dann würde ich immer noch sagen, dass wir hier eher tiefer gehen sollten. Vielleicht kriegen wir doch noch unseren Entry bei 59.300, wenn nicht, kann es sogar noch tiefer gehen, Richtung 56.000 bis 46.000 US-Dollar, nach wie vor mein Primärszenario, solange wir nicht das hier machen. Wie gesagt, den Markt kann keiner vorhersehen, will ich auch nicht, ich kann nichts predikten, ich kann nur sagen, wenn der Markt das und das macht, dann verhalte ich mich so und so, weil der Markt ist der Chef, ich kann dem Markt nicht sagen, was er machen soll. Ja, also, solange wir hier nicht drüber gehen, signifikant drüber schießen, ja, mit viel Kaufdruck, ja, dann ist immer noch mein Szenario, dass wir tiefer gehen. Wir sehen jetzt auch hier diese Aufwärtsbewegung, was wir hier hatten. Es ist nach Elliot Wave nur ein Dreiteiler, bis jetzt, und auch nach SK-Systemen, bräuchten wir hier irgendwo eine kleine interne Stabilisation. Ob wir das jetzt hier in diesem Bereich bei knapp unter 65.000 oder knapp um die 65.000 US-Dollar bekommen, und dann von hier aus nach oben weiter durchziehen, müssen wir abwarten, liebe Leute. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber unser erster Indikator oder ein erster Indikator, was auch sein kann, ist, sehen wir auch gleich auf dem Ethereum-Chart, gehen wir gleich darauf ein, aber wie gesagt, erst mal das hier ist wichtig bei Bitcoin. Sollte der Markt zurückkommen, dann müssen wir gucken, ist der Bereich immer noch nicht reaktiviert, das heißt, sollten wir jetzt hier kein deutliches High-A-High machen, ist dieser gesamte Bereich nicht reaktiviert und immer noch das 61.8 von dem weißen Bereich aktiv für einen Trade, sprich die 59.350 US-Dollar, ist unser nächster Einstieg nach wie vor, wo meine Long-Order platziert ist. Sonst kann ich nichts dazu sagen, wir müssen hier einfach über die 68 drüber, und zwar signifikant drüber gehen. Ja, dass wir sagen können, okay, die ersten Anzeichen sind da, und dann können wir uns eventuell in einem Korrektur-Level, wenn der Markt zurückkommt, dann Long positionieren. Haben wir halt hier die paar Prozente nicht mitgenommen, aber ist egal. Gibt Schlimmeres, denke ich. Also, wie gesagt, das ist bei Bitcoin sehr, sehr korrektive Abwärtsphase. Schauen wir mal, 68.000 Key-Level zeichnen wir uns auch gleich ein. Und zwar ist es dieses hoch hier, knapp unter den 68.000. Das machen wir uns in gelb und schreiben natürlich auch dazu, dass das unser Key-Level ist. Machen wir natürlich alles zusammen hier auf dem Kanal von Trader, für Trader. So, das hier müssen wir nachhaltig durchbrechen in den nächsten Stunden. Dann sieht es erst einmal wirklich nicht schlecht aus. Gucken wir mal, was der Markt macht. Halving steht vor der Tür, wie gesagt. Ethereum, bei Ethereum sieht es schon etwas anders aus. Bei Ethereum haben wir hier schon ein Higher High in den Markt reingemeißelt. Ein Higher Low ist jetzt hier. Auch bei Ethereum hatten wir den kleinen Dump, würde ich jetzt nicht sagen. Die kleine Korrektur in der Nacht. Aber wir haben hier im Vergleich zu diesem Low kein neues Low generiert. Das heißt, wir haben jetzt Higher Lows. Und bei Ethereum haben wir auch hier eine erste Struktur. Sollten wir die 3.300 US-Dollar respektive die 3.350 US-Dollar. Das wäre hier das 100er Extensionslevel von dieser Bewegung hier. Von diesem Konstrukt, was sich zu einer Sequenz bilden könnte. Ja, jetzt ist es nur ein Pfad, damit ihr versteht, welche Richtung ich bei Ethereum gehe. Also die 3.350 US-Dollar hier. Das 100er Extensionslevel ist wichtig, dass wir es rausnehmen. Und von hier aus, wenn wir dann eine Korrektur sehen, eine kleine, müssen wir dann uns in einem BC-Korrekturlevel umschauen, was passiert, ob der Markt dann reagiert. Weil hier auch bei Ethereum ist dann nur beim 100er Extensionslevel wäre eine Reaktion aus diesem bärischen Trendwendebereich, wo wieder reaktiviert ist. Dieser Bereich geht von 3.263 bis hoch zu 3.500 US-Dollar knapp. Müssen wir warten. Auf jeden Fall wäre es gut, dass wir hier drüber gehen in diesem Bereich und dann zurückkommen und dann uns in einem BC-Korrekturlevel aufhalten, dann Richtung 3.600, 3.800 durchziehen könnten. Weil dann hätten wir hier auch bei Ethereum das, würden wir hier diese bearische Struktur erst einmal vernichten. Dann würden wir höher gehen oder nah an unser B-Punkt hier nach oben gehen. Das liegt bei 3.737 US-Dollar. Und auch dann hätten wir hier die ersten Strukturbrüche. Dann würden wir dieses High rausnehmen, dieses High rausnehmen und eventuell dieses High. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn der Markt halt jetzt durchzieht. 3.350 US-Dollar bei Ethereum. Ganz, ganz wichtig für uns. Und danach müssen wir gucken, wie weit die Struktur geht. Am besten über die 3.900 US-Dollar. Aber, wie gesagt, für den heutigen Tag 3.350 US-Dollar wichtig zum rausnehmen. Besser über die 3.400 oder an die 3.400 und dann gucken wir mal, was uns der Markt die nächsten Stunden und Tage gibt. Es ist halt blöd, dass es halbigen aufs Wochenende fällt. Müssen wir gucken, vielleicht blöd, vielleicht auch unser Glück. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall laufen unsere Long-Trades wieder. Short wurde geschlossen, alles richtig gemacht. Sieht aus, als ob der Markt jetzt weiter nach oben durchziehen will. Schauen wir mal, liebe Leute. Sollte sich nicht signifikant etwas am Markt tun, gibt es von mir am Wochenende kein Update-Video. Mal schauen. Wenn natürlich doch etwas Gravierendes am Markt passiert, dann natürlich gibt es ein Update-Video, dann stelle ich Kinder kurz auf die Seite und dann kommt die Community und ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Danke euch allen fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Ihr wisst, was Sache war heute. Community hält zusammen. Das ist wichtig und von daher vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eine Bewertung, fürs Liken, für einen Kommentar und wir sehen uns dann zum nächsten Update-Video. Euch einen schönen Start ins Wochenende, genießt euren letzten Arbeitstag und wir sehen uns und hören uns dann bis zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut und ciao, ciao Leute. ciao Leute. und dann bitte.